Das ist egal, ich achte gar nicht mehr auf den Gegner, ich achte eigentlich nur auf... Nee, von hat man hier irgendwo wieder getroffen? Egal, dreht an uns, hinter uns. Diesmal läuft es um einiges besser. Kriegen zwar nur Scheiße. Klassiker, ja der ist ganz in Ordnung. Kein, kein, nein. Weiter geht's. Wir haben auch schon NPC gerettet, wir haben schon drei Bosse gekillt. Ich bin jetzt schon komplett zufrieden. Für mich schon ein guter Lauf. Der Effekt hat aber natürlich das Spiel durchzuspielen, aber wir wollen ja noch nicht zu viel... ...verwarten, genau, erwarten. Der würde es bleiben, ich darf nicht so sagen. Guck, wie lange der auf, wie lange der aushält. Wie viel der aushält. Iiiiih, ein Slop. Schnell studiert hier. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das vierte Gebiet hasse. Nee. Mein Lieblingsgebiet. Fresse, Alter. Nee. Es reicht doch mal langsam hier. Oh, für meine Magnum. Magnum. Danke. Magnum. Gute Waffe, wie sehr. Kann man gut nutzen. Gegen Endfall. Flare Gun, auch gut. Gegen nix. Naja, sie facken die Gegner halt an. Und da macht sie deinen Job gut. Hier. Fuck off. Danke schön. Oh, meine Fresse. Stört doch endlich mal bitte. Danke. Nein. 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 fast die Kiste zerstört so nice oh du scheiß Geist nein mein unser oberstes Ziel ist derzeit nicht nur überleben sondern den vierten Boss zu knallen das ist unser oberstes Ziel jetzt der Boss muss sterben wir möglichst viele Punkte zum freischalten von Sachen kriegen ok ok zack jene fähre jene fähre jene fähre jene fähre Jura not welcome was los oh du Asi da hinten schon wieder mit dem blöden hier ne du bleibst stehen danke du bist doof dich magisch nicht passe Magier na jetzt ist es alleine du kannst deine komischen Depp nicht mehr rufen ich bin schneller gelt ich meine das ist vorteil die du in d du Kugel-Wizard-Wizard-Wizard. Ja, voll cool grad. Das ist grad echt cooler Magier. Den mag ich. Die roten mag ich. Die Eislinge mag ich auch. Das sind die besten der besten. Ja, da ist er eingefroren. Alter, was ist denn hier grad los? Die räumen sind ja unschwer grad. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du kannst mich mal. Du kannst mich ja. Tut das da. Also warten bitte. Ich bin im letzten Lauf. Vorher meine Eier zurückwirft. Meine faulen Eierkanone. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Mann, dieser blöde Magier. Ich glaub mir, die nächsten Floors werden noch schlimmer. Wenn ihr das schon als nervig und scheiße empfindet. Die werden dann richtig scheiße und nervig. Dankeschön. Basterlich. Komm jetzt her. Dankeschön. Vielen Dank für das... Ja, geil. Bauen Schlüsse, um zum Shop zu kommen. Das hatte ich mit dem damaligen Lauf auch schon mal. Und ich hab nie einen Schlüssel gefunden. Geil. Das heißt, den Shop können wir abparken. Das heißt, wir müssen jetzt zwangsläufig hier ein bisschen plus machen. Weg geht es. Weg geht es. Ja, komm, lauf nochmal dagegen. Weg gehen. So nice. Richtig funny und fresh. Wie funny. Ja, der Schaden von meinem Boden ist so was von toll. Dankeschön. Du Baster da unten. Nee, wo ist mein... ein und nur ein halb Leben welcher Team Rocket er mit mir da wo den Boss Weißt du was YOLO Ja, eh nicht zu verlieren Alles gut, eineinhalb Herzen Oh nein, wir haben die Pisser schlechthin Das sind für mich die schwersten Bosse meines Lebens Schwerer als diese Bosse geht's nicht Das sind echt die Killertypen Auch wenn mein Molotow-Druckteil jetzt gerade den Schaden macht Die Typen sind Übelst Stark Und ich renne den Cut schon schneller, wie ihr wisst Und die kommen mir trotzdem voll nah ab, die ihr gerade gesehen Ja, warum schießt ihr denn so Alter, mein Stick ist Cut irgendwie voll behindert Naja, wir haben ja erst eins gezeugt Jetzt haben wir schon zwei gezeugt Und jetzt in wenigen Sekunden bin ich tot Die krieg ich nicht mehr hin, das könnt ihr vergessen Außer das bringt noch irgendwie Megaschaden Treff ich überhaupt Ich seh die AP nicht Darf ich vorstellen, der letzte von ihnen Ja Der hat irgendwie eine volle AP Fuck Todespfeiler Naja, wir haben uns gut geschlagen, muss ich sagen Gut geschlagen, muss ich sagen Haha, Rhyme Master Aber es Soll einfach nicht sein Es soll einfach nicht sein Das ist sehr traurig Es ist sehr traurig Aber jetzt haben wir fünf Credits Können wir noch oben schon was einkaufen gehen Und dann würde ich auch mal sagen Für diese OBS Aufnahme Wenn euch die OBS oder das Spiel sehr gut gefällt Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben Schöne kommentieren Schöne teilen Wird mich sehr helfen Einen schönen Tag noch Euer Konzer Bye